So, dann nehmen wir die ganzen Hasen mal hier auf. Wir schauen uns mal ganz kurz den Black Market an, was so die neuen Features sind. Oh, hier sehen wir auf jeden Fall schon. Wir sind hier... Geil, man kann sich die ganzen Sachen jetzt schon mal angucken. Von A bis Z. Krass, wir haben... Alter, wie viel Tieres man hat. 200 halt an der Zahl. Was ich auch sehr, sehr gut finde, man kann sich die Sachen auf jeden Fall schon mal angucken. Kann sich die Sachen alle mal angucken. 200 gibt es dann eine Waffe. Blinding Glory. Aha, geil. Seid wir ganz normal wie andere Sachen. Gehen wir mal ganz kurz zurück, das dauert halt ewig. Wir gucken uns die Sachen mal einzeln an. Von A bis Z. Okay. Rare, Hunting, Calling Card. Die sehen halt ganz schön witzig aus, ne? Die Sachen. Komm. Preview, Guest Gesture. Loy, Selfie. Haha, witzig, man. Oh mein Gott. Ja, ein paar Sachen hier. Serif. Okay. Was haben wir hier noch so alles? Wir haben hier nochmal DJ Angel. Shared Tag. Can be equipped by any character. 0 von 5 Pieces. Okay. Reroll Meter. Was ist das denn da unten? Eigentlich gar nicht. Make it rain hat ihr Klassiker. Ganz geil, die Outfits, oder? Leuchtet das? Oder leuchtet das nicht? Hat ja auf jeden Fall ein paar Sachen, die ganz cool dabei sind. Ja, das sieht ja gemein aus. Das ist so ein bisschen... Weiß nicht, hat das Halloween Charakter, oder? Das hat keinen Halloween Charakter, oder? Weiß ich nicht genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Was haben wir da? Geil, den Taunt. Ja, Cosmic. Was haben wir hier? Weil der sieht ja irgendwie langweilig aus. Der hat ja irgendwie gar nichts. Aber es ist geil, dass man pro Level immer so ein Package mit einem Item kriegt. Die Sachen sehen halt so witzig aus, Mann. Sandstorm. Okay, geil. Signature, wenn man kriegt... Also die erste Signature war mit Level 50. Das ist ja nämlich schlecht. Haben wir noch? Wir haben hier noch... Eureka. Ja, irgendwie. Ghost. Oh Gott, sieht der hässlich aus. Junge. Die Muertos. Geil, man kriegt ja dann die ganzen Sachen, die man vorbestellt hat. Kann ich das eigentlich freischalten gleich? Das müssen wir gleich mal gucken. Ah, Muertos Ajax. Okay, dann kriegt man die ganzen Muertos Sachen, die man vorher vorbestellt hat. Oxide Bande includes Outfit, Decor und Warpaint. Oh, der Junge hat auf jeden Fall ein bisschen Leute gefrackt, würde ich sagen. So wie der da aus die Chat. Junge, Junge, Junge. Sehr krass. Gucken wir hier noch. Wahnsinn ey. Jetzt ist ja komplett Fortnite 2.0 hier. Aber irgendwie sehen die halt alle gleich aus. Finde ich. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Der ist auch irgendwie langweilig. Episch soll der sein. Ich weiß ja nicht genau, was daran episch sein soll. Oh, Damaskus. Ding mit der GK5. Okay. 110. Muertos. Okay, das sind die ganzen Sachen, die man ja auch in dem Black Ops Ding was kriegt, wenn man Muertos kriegt. Das ist auch Muertos Firebreak. Das heißt, man schaltet die nacheinander frei. Nomad, nee Torque. Okay, Raios X. Die sieht ganz geil aus, meines Erachtens. Aber ich fände es geiler gewesen, wenn die teilweise, also es wird wahrscheinlich noch kommen. Ich fände es geiler, wenn die die ganzen Sachen nicht nur so mäßig mit, keine Ahnung, Kriegsbemalung oder so, sondern vielleicht ein bisschen völlig anders kleiden würden. Das sieht ja alles ganz witzig aus mit der Kriegsbemalung. Aber Oh Gott, sieht das blöde aus. Oh mein Gott, guckt euch das Gesicht an. Was? Der sieht ja aus wie der größte Dulli, ey. Oh, die Karte sieht ganz nice aus. Der sieht ja noch dümmer. Guck mal, wie traurig er guckt, Mann. Wie traurig er guckt. Oh, Lamborghini. Lamborghini, ja und dann auch 199 schalten wir den Hudson frei, geil. Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt erstmal der Black Market Weg, es gibt im Store. Kann man sich Black Ops Pass, okay, den habe ich schon. Kann man den Black Ops Pass eigentlich jetzt was kaufen? Ne. Nur durch Spielen. Okay, dann wird es wahrscheinlich noch was kommen. Die ganzen Patchdowns, weiß ich nicht genau, wie die ganzen Sachen jetzt kommen werden. Bin ich mal gespannt. Und dann würde ich sagen, ja, war es das damit. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und kommt gerne in den Stream vorbei. Würde mich freuen. Und bis dahin, macht's gut. Haut rein. Bis dahin. Bis dahin. Bye.